Hallo und Herzlich Willkommen bei Petal & Cops. Ich will mal ganz kurz ein bisschen was eintanken. Das ist ein bisschen gelegenes Fahrzeug, deswegen tanken wir nicht voll, sondern ein bisschen auffüllen, um sich gleich wieder zurückzufahren zu müssen zum fangen. Ich fahre jetzt mal so 3. Mal schauen, ob das jetzt klappt, ob die anderen bald schon angekommen sind. Das hat nicht ganz so klappt mit den Einstellungen. Wie sie fahren soll, müssen wir mal schauen. Ansonsten muss die neue Aufgabe zuteilen und versuchen mal zu programmieren. Im LS würde ich sagen, naja, outreif, programmiert. So, wo steckt der fest? Erstmal bei uns den anderen Traktor hier mal wegstellen. So. Und den werde ich mal ganz kurz ausschalten. So. Durchschalten. Ja, das ist schon mal richtig. Ladung gekauft. Hast du bestimmt hier Sprit. mal kurz gucken. F1. Aufgaben. Transport. Status. Menge 0. Das werden wir alles mal löschen. Neue Aufgabe. Fahrer. Transport klappt nicht. Tiertransport. Transport. 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 Feldbearbeitung. Transport. Eigentlich schon. Und zwar Feld 3. Und. Nehmen wir hier pro Wagen. 50.000. Gut. Das ist jetzt. Und abladen. Ort. BGH-Silo 1. Entladen. Ladung. Mais. Hier kann man es nicht einstellen. 15.000. Für mich ist das. Zeit. So. Kein Fahrer. Ich nicht. Das macht Hans-Jörg. Gespann. Da haben wir unsere Fahrzeuge. 50. Wählen. Gerät. Gewicht. Unser 2.000 Kilo Gewicht. Und. Linner. Kein Fülltebel. Das ist ein Stieg ist die Kanz. Oh ja. Ich kann ja auch nichts einstellen. Und nicht speichern. Entladen. 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 Typ. Rot. hoch 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 21 immer noch irgendwas verkehrt also entweder bgh silo oder feld geht nicht auf feld gehen speichern nichts auch nicht nur feld feld 7 wäre eine Möglichkeit transport feldverfitterung feldverkehrungen ja das geht auch nicht dann war die bgh eine Vidos voll aha fahre kein entladegerät das kann ein ladegerät das war länger da abkippen aber ernte geht auch rein kein erntegerät kein erntegerät feldverkehrungen also das geht auch nicht wortfeld feld 3 Das ist ja nicht entladen oder wlanen. Also immer können wir Ort machen. Entladen, Ladung, Mais. Aber da muss ja wissen, wo er hinfahren soll. Station hinzufügen, Ort, Feld 3. Entladen, Beihern. Mal sauen oder das hinkriegen, ne? Ob er jetzt so fährt, wo 3 fährt? Null. Ja, der fährt noch nicht da heute. Ich fahr mal in ein Fahrzeug. Wenn das klappt, da kann man im zweiten Jahr dazu nehmen. Oh, jetzt haben die... Hier ist die noch eins. Hat aber auch wenig Sprit drin. Wenn der Spann wieder klappt. 100% immer irgendwie verkehrt. Das war wieder eingestellt. Aufgabe. Ja, irgendwas... Noch nicht so, wie es sein soll, ne? Ich weiß noch nicht was. Aber ich kann auch zum Not umspringen auf Körnermais. Das ist ein bisschen leichter. Ja. Oh, ich hab mal eine Richtung. Schau mal. Um Feld 3 fährt oder so, ne? Ächseln wir mal so von uns selber. Schau. Und der ist noch eingestellt auf... Ach, hey. Aufgabe. Äh. Anzeigen. B-Laden steht normalerweise, ne? Ich werde mal einen Häckse einstellen, ne? Häckse. Mal suchen mal. Den. Den. Häckse. Das ist ja eher ein Typ normalerweise. Fahre. Auswehren. Bespannen. Den Häckse. Weichern. Feld auswählen. Drei. Südosten. Hof. Warum will er den Anhänger haben? Er hat keinen, äh... Das hier, das fährt man uns nachher. Das tut er doch gleich. Eigentlich Transport nicht. Wählen. Wählen, speichern. 3 Postenhof. Gut, da ist keine richtige Maschine dafür. Na klar. Ja. Ernte. Kein Anhänger. Wieso kein Anhänger? Warum will das Anhänger haben? Ah, Anlieferung. Hafensiedel, Hochziel 1 und 2. Hochzielloh. Das hat die richtigen Geräte, ne? Das wäre nicht ludisch. Dann müsste er ja zum Silo fahren. Das ist Quatsch. Was will er mit Anhänger? Das funktioniert irgendwie nicht. Jetzt funktioniert auch nicht. Soll es schon heute gewesen sein, muss man wahrscheinlich mal das kundig machen, das nicht funktioniert. Aber eine Folge, probiere ich nochmal. Tschüss, tschau. Wenn jemand Tipps und Radschläger hat, da bin ich sehr dankbar drüber. Schau mal, dass ich hinkriege, ne? Tschüss. Tschüss.